Entschuldigen Sie? Ja? Darf ich Sie kurz etwas fragen? Ja klar. Können Sie mir Schiffshersteller nennen? Ja, natürlich. Rake, Argo, Ransche Industries, also Misk, Aupoah, Banu, Aegis, die waren auf der Messe, Anvil, Brake, Consolidated Outland, Crusader, Robert Space Industries, Gatek, Isperia, Rake hatte ich schon, oder? Ja, hatten Sie schon. Fällt Ihnen vielleicht noch einer ein? Ähm, nein, nicht wirklich, nein. Was ist mit Origin? Oh, ja, Origin. Ja, die gibt's auch noch. Ja, aber ich muss jetzt weiter, ne? Also, bis dann. Ja, ich muss schon. Vielen Dank.